Lalalala müssen wir nämlich mit dem Sound gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das gedacht haben Test, Test, Test und das Spiel ist super Super, Geil, 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 Geil Funktioniert nicht mehr, alles klar, Super, Genial Ich bin zu viel Ich weiß nicht, was das andere ist, kann man ja mal aussehen Low für Low Hängst du nur noch W dahinter? Irgendwann High ist auch nur GH, weißt du, voll sinnlos Manche Menschen sind faul, Mann Ich sag mir mal so Da gehen wir ins Spiel Laserkraft 3D Die ist viel zu hell Und das leckt volle Kanne Das hat vielleicht 3D, wo du eine 3D Brille anziehen sollst Bleibt mir was Krasse Sache, das kann man auch in 3D spielen, ey, leck mich am Arsch Ich hab letztens erst zwei 3D Brillen weggeschmissen Scheiße Zwei richtige von dem Fernseher Das sind richtig geil So zack und dann Dann gucken wir mal hier, machen wir High Ausführen Und das leckt das auch nicht so Wenn du ein bisschen Milch da komm Dann öffnet sich das Ding, wenn du sie mit Hi Ausführen Hurensohn 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 Zeiger Brrrr Maus weg Mh Och komm So So wie du dann machen. wie gestern dann Du postest die eine Folge bis die andere Das denk ich vielleicht gar nicht so verkehrt So, dann haben wir hier... Was? Ha? Ich hab dir eine Frage gestellt, Mann. Ja, kann man machen, doch. Penner. Ich glaube, ich muss in Low spielen. Ja. Ja, ich denke auch. Die Kamera und die Broadcast, das braucht echt viel. Aber ohne Kamera ist das scheiße bei so Power Games. Ich hoffe, das wird bei dir besser. Bei den Laptop, Mann. Stimmt. Ich hätte so nicht spielen. Jetzt gehen wir hier aus dem Internet raus, weil es hilft das ja auch. Ach, hier ist nochmal. Ich muss jetzt zweimal aufnehmen, das Ding oder was? Ne. Äh, raus hier. Entschuldigung. So, dann will ich schlau. Micholo. Aus für Ringen. Jetzt aber. Wieder diese riesige Maus. Applaus. Für die Maus. Und den Empfanden. Ich spring mal gleich zurück. Ich will mal gucken, wie das in der Kamera aussieht, so. Das ist aber mehr von der Seite. Pass auf. Schneller, okay? Du machst viel zu früh. Ich seh das nicht genau. Ja, guck doch da. Aua. Aua. Okay. Du musst an deinem Tisch noch so machen. Peller. Ja. Alter, das geht hier nicht. Ne. Da war das in 3D noch besser. Alter. Da können wir nicht spielen. Alter. Da müssen wir das vielleicht mit dem Handy ausnehmen. Leckt echt heftig. Leckt echt heftig. Hier gibt's auch keine Einstellungen oder so, weißt du? Obwohl das mich trotzdem... So ein Gammelspiel. Bei der Qualität schon so... Für den Arsch ist... Das hat er dann nicht richtig... Funzt ist dann doch schon irgendwie... Überraschend. Nicht? Doch. Hast du vergessen. Guck mal wenigstens mal hier, oder? Warum? Das ist so ein Gammelspiel. Star Wars klappt relativ... Also es leckt zwar bei Star Wars, aber es klappt noch. Und besser als das gerade eben. Wie sind wir denn hier im Media? Krasse Sache. Egal.